Ich habe schon gedacht, gehofft, dass es einfacher ist, aber nein. Wir haben keine Kanten. Du wirst schön wegrüßen. Hab ich gemerkt, ja. Deswegen, man muss dem Trainer, dem Trainer immer gut zuhören. Gut, dann starten wir mal, oder? Dann starten wir, ne? Bist du bereit? Bin bereit. So Giovanni, nachdem du heute das erste Mal auf Ski stehst, werde ich einen Bob mit Steffi Böder draufziehen, damit wir mit Chancengleichheit an den Start gehen können. Ah, ich habe es geschafft. Das gibt es so nicht. Das ist so nicht.